Was ist das? Du sagst, ein Mann ist in einem Tee. Und er braucht meine Hilfe? Part of you would rather leave him there, cause he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Nebenmission. So, folge dem Hund. Diese Mission heißt kalkuliertes Risiko. Wo ist denn der kleine Schnüffler hin? Ach, da läuft er schon. Ah, den werden wir wahrscheinlich nicht einholen. Der hat irgendwie was gesehen, der Hund, oder irgendein kleines Problem. Das werden wir wahrscheinlich jetzt aufdecken. Wo führt der uns wohl hin? Ah, da bin ich mal selber gespannt hier, was auf uns dann erwartet. Erwartet doch mal. Was soll ich denn alleine anlegen hier? Hündchen, was ist los? Ah, der gibt ganz schön Speed hier. So langsam kriegen wir den. Ah, vielleicht müssen wir den auch einfach überholen. Ich renne mir, ich renne mir was, das Zeug hält gerade. Natürlich ist er doch schneller hier. Homie, warte doch mal. Komm schon. Boah, müssen wir jetzt den ganzen Berg runterrennen, oder was? Der hätte ich ja mit dem Auto hinterher fahren können. Oh, da ist was. Ey, da hängt ein Typ im Baum. Was geht ab, Mann? Hey, Bro! Ha, du möchtest mir eine Hand hier? Man, das ist ein cool-ass Hund, du hast, Homie. Was Hund? Das Hund, der hat seine... Er hat seine Hände, Mann. Mann, ich weiß nicht, was du jetzt gerade bist. Was ist denn? Hallo! Ha, ha, wenn du einen Moment hast. Hier ist es. Oh, mein Gott, das war wild. Woo! See, ich bin kein Adrenalin-Junkie, ich bin ein Kontroll-Junkie. Ja, das Parachutin ist intensiv, Mann. Hey, hey, wenn mit der Weg ich herausfinde, was es bedeutet, zu sein, zu sein, dann, wir machen das ein bisschen spirituell und sagen, ich bin auf eine Sprache-Junkie-Junkie. Shit, nichts hilft mir zu denken, als ich mich schütze, während ich um ein bestimmtes Tod, Mann. Dann, du bist auf's. Nicht wirklich, Mann. Shit, ich respektiere Grappity. Oh, ich wusste, du warst ein Puss. Komm, es ist sicher, ich versuche dir. Sicherer, als ein Auto fahren. Der einzige Weg, der sicherer ist, wenn du ein Auto fahren kannst, mit einem Flugzeug. Komm, wir gehen! Ja, wir gehen! Wir sollen dem Dom folgen, hier. Dom wahrscheinlich für Dominic. Ja, da hing er einfach mal hier in dem Baum drinnen, da hinten. Hinten? Ja, wo ist der Hund hin, ey? Der Typ dachte doch, wir haben einen an der Klatsche. Der Hund hat uns doch hingeführt und auf einmal, zack, ist er weggespawnt. Wow! Ab in den Heli, oder was? Ey, der hat schon so ein Fallschirm hier auf dem Rücken. Ich nur nicht. Ey, warte doch mal, ich wollte gerade ein Selfie machen. Okay, ab rein hier in die gute Stube. Wir müssen auf die andere Seite wahrscheinlich, ne? Ja, schöner Heli. Was machst du da vorne? Na, hast du überhaupt einen Führerschein dafür? Können wir uns auf dich verlassen? Jo, so wie der guckt, können wir uns auf den verlassen. Dann mal rein in die gute Stube. Dann bringen wir uns mal hoch mit dem Vogel. Ach ja, ich muss ja fliegen. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, die Fahrt überspringen gemacht, aus Versehen. Also den Flug. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Dann geht es eigentlich jetzt schon los. Komm mal runter hier. Wo ist denn unser Kollege hier? Der ist irgendwo hinter uns wahrscheinlich, glaube ich. So, auslösen. Ah, das ist so ein kleines Fallschirm-Tutorial wahrscheinlich hier. Wenn man mit dem Fallschirm fliegt. Das kennen wir doch hier. Was ist denn der Vogel? Was ist der denn hier? Das beschirmt schon unter uns. Komm, gehen wir mal ein bisschen Speed hier. Jetzt wollen wir mal ein bisschen runterkommen hier. Ich glaube sogar, das ist hier der Mount Chiliad. Müsste sein. Also, wo sind denn jetzt hier die Checkpoints? Ach, da unten ist der Checkpoint? Jo. Da müssen wir noch ein paar Kreise wahrscheinlich drehen, damit wir den berühren. Oh ja, das ist er. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, Punktlandung oder was? Komm, drehen wir nochmal hier eine extra Runde. Hauptsache, ich klatsche jetzt nicht gegen den Felsen. Bin dann Matsche. Das sieht doch ganz gut aus hier. Läuft. So, komm, Punktlandung runter jetzt. Oh, schön mit dem Kopf aufgeschlagen nochmal. Oh, sieht der den Blutfleck da? Was? Ich soll mich aufs Mountainbike begeben? Wo ist denn? Da unten sind die Mountainbikes? Yo, da stehen sie schon. Ey, geiler Absprung übrigens. Nehmen wir mal das Gelbe hier. Ach, es geht schon los. Ach, wir sollen gehen die... Warte auf Tom. Ach so, ich dachte, wir sollen jetzt ein Rennen gegen den fahren. Ich wollte schon loslegen hier. Ja, komm, Homie. Fahr ein Rennen gegen Dom. Äh, ach ja. Fahrradfahren ist ja ein bisschen anders hier als Autofahren. Oh mein Gott. Oh, der hätte den Typ hier totgefahren. Hey, warten Sie. L.A.S.P.D. Sie haben jemanden umgebracht auf der Mount Chiliad. Oh, geht das ab, geht das ab. Oh, ich muss mich... Hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren, ey. Viel zu zappelig. Nein, kommen wir noch hier hoch? Ach, scheiße. Ich bin abgedriftet. Mir ist hier auch fehlgeschlagen. Ja. Wie? Ich hab das... Ich hab das Rennen gar nicht abgebrochen. Ich bin einfach nur runtergefallen. Okay, ich darf wahrscheinlich nicht so viel Speed machen. Okay, ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Boah, das ist richtig fies, ey. Einmal über die Klippe fliegen, dann war's das. Dann war's doch mit dem guten Franklin. Wow, 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 wow. Boah, ich brauch gar nicht... Alter. Gib der Gas, ey. Ich geb überhaupt kein Gas. Ich roll schon so heftig runter. Da ist mal ein bisschen Gas lieber geben. Alter, der ist wohl der Profi. Wie sollen wir den denn einholen hier, bitteschön? Da muss ich... Da muss ich ja richtiges Risiko gehen. Wow, heftig, diese Klippen. Diese Kurven, die sind am schwersten für mich hier. Okay, nicht hier diese. Diese Breiten, die gehen ja. Aber die schmalen, wo ich fast hier über den Überhang fliege. Aber egal. Hier wird jetzt nicht gemeckert, hier wird jetzt reingehauen. Wow, 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 wow. Wahrscheinlich müssen wir ganz nach unten. Ein Fahrrad bin ich selten gefahren, die muss ich sagen, hier in GTA 5. Ich hab auch keins in meiner Garage. Ja, das ist ein ganz cooles Feature, muss ich sagen. Aber es bringt nicht wirklich was. Vor allen Dingen in GTA Online bringt das gar nichts. Wenn du wirst du vom Fahrrad runtergeknallt, dann war es das. Aber so ist es auch ganz schön eigentlich. Das ist mal eine Abwechslung zum Auto oder zum Flugzeug oder Helikopter oder sowas. Zum Boot gibt es hier auch noch. Ja, Boot bin ich auch noch nicht so oft gefahren, muss ich ehrlich sagen. Ist auch nicht ganz so mein Ding. Wow, wow, wow. Okay, vielleicht können wir den kriegen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Gas zu geben. What the fuck? Boah, ich dachte, jetzt fliege ich hier gleich direkt vorm Bike. Komm schon, den müssen wir doch kriegen hier. Mach mal ein bisschen langsamer hier. Wir sind hinten dran, ey. Ich gebe alles. Ich trete in die Pedalen hier wie noch nie. Boah, da war eine kleine Klippe, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Kann der sich auch mal ablegen vielleicht? Der ist bestimmt schon 100 Mal gefahren hier, den Kurs. Oh, shit, Doublejump! Wow, wow, yo. Komm, kriegen wir den noch? Boah, der hätte noch was umgefahren. Was war das gerade? Ein Tier. Das konnte ich gar nicht so schnell aufschnappen. Der hätte irgendwas umgemäht. Ne, den kriegen wir glaube ich nicht. Der ist viel zu schnell drauf hier. Ich bin hier schon den Button am Vergewaltigen. Ich bin hier am Drücken. Ach, wir schaffen's? Nice. Wo ist der? Ja, wir haben gewonnen. Yeah. Mit was für Ausreden kommt der denn um die Ecke? Er meint, er hat die Kontrolle gehabt und wir wären leichtsinnig gewesen. Oh, schlechter Verlierer. Yeah, wir haben's gepackt hier. Franklin Bike. In der Haus. An der Sanchez-Fahrrad. Yeah. Kalkuliertes Risiko. Wir haben's bestanden mit Silber. Super. Und wir haben neuen Kontakt. Diesen Dom. Ach, wahrscheinlich können wir da so ein paar sportliche Aktivitäten mit dem machen. Aber fürs Erste würde ich mal sagen, reicht das hier mit Sport hier. Das war ja schon sehr happig. Ja, wir haben's sogar gepackt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Leute. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach in die nächste Folge nochmal rein. Und danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020